Moin aus München. Leute, ich sag euch ehrlich, wie es ist. Ich hab echt brutal miese Laune und das schon seit drei Wochen. Deswegen kam mir auf dem Channel auch nichts, das tut mir leid. Aber ihr habt es in der Überschrift gelesen, der Touareg hat gebrannt. Ja, er ist nicht komplett abgerannt, nein, es geht weiter. Das erstmal vorweg, von daher keine Sorge. Ich werde euch in diesem Video zeigen, was passiert, woran hat es gelegen. Ich hab Fotos, ich hab Videos und was ist der aktuelle Stand. Und dann aber, wollte ich schon lange machen, wir sind über 100 Leute. Ganz, ganz lieben Dank an jeden, der mir folgt. Ich find das richtig cool, ich hab am Anfang gedacht, das guckt sich nicht mal ein Mensch an. Und jetzt sind wir schon über 100 Leute, deswegen möchte ich natürlich auch was verlosen. Und ganz, ganz, ganz lieben Dank. Aber alles der Reihe nach, lass uns anfangen. Also, was ist passiert? Wir wollen doch nicht zu lange, nicht zu sehr in die Länge ziehen. Wir haben drei Wochen an dem Touareg Rom repariert. Wir haben ihn ja erst hübsch gemacht, dann sollte er repariert werden. Haben auch getan. Dazu folgen die Videos noch. Glaubt mir Leute, so schlimm war das gar nicht. Auch was die Leute erzählen mit dem V10 und so weiter und so fort. Kann ich euch jetzt schon mal vorwegnehmen. Guckt euch die Videos an. So dramatisch ist das alles nicht. Es ging echt alles super cool und easy und die Teile waren noch nicht besonders teuer. Das auch. Okay, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Zwei Videos habe ich noch, die kommen nach diesem Video. Aber, jetzt zur Sache. Was ist passiert? Und zwar, wir haben dann rumrepariert am Fahrwerk, am Motor und am Getriebe. Was noch? Und noch ein paar Kinkerlitzchen drumherum. Und dann war alles erstmal in Ordnung. Wagen fuhr sich extrem viel besser als vorher. Gut. So, es gab nur eine Geschichte. Die Lichtmaschine. Die Lichtmaschine ist wassergekühlt. Vielleicht weiß es der eine oder andere, die sitzt im V oben drin. Die hat noch ein bisschen geleckt. Gut, haben wir ein paar Dichtringe ausgetauscht und und und. Wollten mal gucken. Und es war nicht dramatisch schlimm. Konntest erstmal mit weiterfahren. So, das habe ich auch gemacht. War also auf dem Rückweg von München. Der Motor bin normal gefahren. 120, 130, jetzt nicht übermäßig schnell. Irgendwann gehen Ende. Geschwindigkeit erhöht. Richtung 140, 150. Also nicht dramatisch viel. Und wir wissen noch nicht ganz genau, was passiert ist. Jedenfalls war es so. Ich war auf der Autobahn. Aber auf einmal sagt das Auto, Verbraucher werden abgeschädigt. Jetzt habe ich auf der Batterieanzeige, der hat ja vorne im Tacho eine Volt-Anzeige. Von 14 auf 12. Das heißt, die Lichtmaschine arbeitet nicht. Batterien haben ja 12 Volt, wenn du sie misst. Und wenn die Lichtmaschine arbeitet, haben sie 14. Hat auch immer 14 angezeigt. Dann waren es 12, wusste ich, oha, Lichtmaschine hat jetzt aufgegeben. Denkt mir so, Mensch, 50 Kilometer oder 100 Kilometer vor zu Hause. Muss das jetzt sein? Ja, es musste sein. Dann war es aber so, im nächsten Moment kam die Anzeige Öldruck. Öldruck weg. Und zwar rot. Das heißt, denken wir, fuck, wo kommt jetzt irgendwo entweichter Druck oder entweicht Öl? Ich gucke im Rückspiegel und sehe irgendwelche Funken fliegen, als wäre es Glut. Als würdest du von einem Grill so Grillkohle hinterher rausschmeißen. So, so musst du dir das vorstellen, ja. So kommt der Qualm aus dem Motor. Ich rechts ran, Motorhaube auf. Gott sei Dank hat das auch wie ein Feuerlöscher. Ein Pulverfeuerlöscher, Gott sei Dank. Motorhaube auf. Innerhalb des Faust, da wo die Lichtmaschine ist, war eine Flamme zu sehen. So ungefähr groß, wie wenn du einen Aschenbecher anzündest, okay. Also nicht ganz mini, aber auch nicht ganz groß. Irgendwas dazwischen. Ich so zwei Stöße mit dem Feuerlöscher gegeben, Feuer aus. Hat gequalmt wie Sau und es muss auch schon länger gefackelt haben, bestimmt länger als eine Minute. Ich blende euch jetzt kurz die Videos gleich ein und die Fotos. Gut, jetzt habt ihr gesehen, wie sieht das Ganze aus. So sieht es aus, das heißt, die Lichtmaschine, jetzt muss sie auf jeden Fall direkt neu. Gut, undramatisch. Jetzt ist aber das Thema, er hat irgendwo den Öldruck angezeigt. Und da in dem Bereich, es sieht mir nicht so aus, als wäre da irgendwo Öl gewesen. Oder als wäre da irgendwie was weggeplatzt, weil wir haben da alle Dichtungen neu gemacht und, und, und. Das heißt, wir haben jetzt mehrere Baustellen. Einmal die Lichtmaschine. Gut, die kannst du tauschen. Ist auch nicht so dramatisch teuer. Ein Zubehör, 300, 400 Euro habe ich gesehen. Wenn du eine Hitachi oder eine Delphi oder was möchtest, dann musst du halt 500, 600 bezahlen. Und die alte zurückschicken. Geht alles. Okay, gut. Das andere Thema ist, wo strullt jetzt das Öl raus? Jetzt haben wir unter dem Auto noch nichts gefunden, am Montag noch nicht. Also, da muss man sagen, das stimmt, da kannst du schlecht gucken. V10, wenig Platz, kannst schlecht rechts und links gucken. Dauert ein bisschen. Also, irgendwo strullt da Öl raus. Gut, und dann, wo kamen diese Funken her? Gut, also, das sind jetzt die Baustellen. Ihr seht, das Auto ist so noch intakt. Der Motor ist auch reparabel. Es ist nicht dramatisch, aber scheiße gelaufen. Weil wir wollten ja schon mit dem Ausbau anfangen jetzt und am besten ja schon unterwegs sein. Gut, ist eben so. Besser, es passiert auch in der deutschen Autobahn, als irgendwo, was weiß ich, in Afrika. Besser ist es. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Kommen wir zum 100-Abonnenten-Special. Viel, viel wichtiger hier. Der GTI ist auch nicht schlecht, müsst ihr sagen. Der ist auch nicht schlecht. Der ist auch ein gutes Auto, nenn mich nicht VW-Fanboy. Alles gut, ich habe vom Dacia bis zum Ferrari, von alt bis neu, für jedes Auto irgendwo was übrig. Von daher, ich bin jetzt nicht explizit auf VW. Aber der GTI gefällt mir einfach, gefällt mir richtig gut. Gerade so in der Kombi. Falls das auch deine Meinung ist oder nicht deine Meinung, schreib es mir gerne in die Kommentare. Aber 100-Abonnenten-Special. Leute, 100-Leute. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich überhaupt ein einziger zugucke. Von daher möchte ich mich natürlich auch gerne bei euch bedanken, für jeden Einzelnen, der es immer schaut, der mir einen Daumen gibt und abonniert hat. Danke, danke, danke. Wer es gerade schaut und noch nicht, würde mich über ein Abo freuen, über einen Daumen, über die Glocke. Ihr wisst schon, das Übliche. Und daher möchte ich auf etwas zurückgehen. Amazon-Gutschein, 50 Euro wäre so meine Idee. Dafür dieses Video hier liken, dafür kommentieren und natürlich folgen. Und dann mache ich mal so ein Zufalls-Dings unter den Kommentaren und verlose das Ganze. Genau, und dann würde ich sagen, das nächste Mal bei 1.000, oder? Und dann bei 100.000. Ja, Leute, jetzt habe ich Blut geleckt. Jetzt, komm. Hätte ich nie gedacht, dass das überhaupt 10 Leute aufrufen. Gut, das ist die eine Sache. Ich hätte noch eine andere Sache. Die Reparaturkosten waren Gott sei Dank alles noch im Rahmen, aber wir haben so geile Ideen für den Umbau. Richtig, richtig gut. So, Folierung, Reifen, Lichter, und, und, und. Das Ding soll richtig brutal werden. Und nicht so ein, weil jetzt sieht der ja noch aus wie ein Modis Alter, oder Opis Alter Torek. Im Blau-Beige ist er ganz nett. Aber der soll doch brutal werden. Der soll doch geil werden. So. Unter jedem Video poste ich so Links, das heißt von Zeug, was ich benutzt habe. Ob das Pflegemittel sind, Maschinen oder Reparaturteile. Auch unter werde ich verlinken. Und das sind sogenannte Links, Affiliate Links, wie das so schön heißt. Wenn du da drauf klickst, es ist nichts teurer. Das ist einfach nur eine Hilfe von mir an dich, falls du dich dafür interessierst und sagst, hey, ich möchte das auch gerne haben. Du klickst darauf. Musst es nicht bei Amazon suchen, sonst poppt direkt drauf. Auf und du kannst es dir bestellen. Wenn du dir das bestellst, ist es genau der gleiche Preis wie immer. Das ist ja klar. Aber ich kriege ein paar Cent davon ab. Und darüber freue ich mich natürlich. Weil es wandert alles in unsere Torek-Kasse. Das wollte ich noch mal sagen. Unter den Videos. Unter jedem Video bis jetzt. Immer die passenden Links dazu. Ich habe auch noch einen anderen Link, weil es kommt jetzt wieder die Zeit für Versicherungen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mir geholfen bei dem Torek. Weil ganz ehrlich, zwischen 200 und 1000 Euro für die Haftpflicht wäre da glaube ich alles möglich gewesen. Und das finde ich eine richtig krasse Spanne. Also ich bezahle lieber 200 als 1000, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das habe ich auch nur gefunden, weil ich im Internet da verglichen habe. Ist klar. Und den Link, den packe ich euch auch mit rein. Da kommt ihr auf eine ganz normale Seite. Da könnt ihr das vergleichen. Das kennt ihr von der Optik her, wenn ihr das schon mal gemacht habt. Ist super easy. Macht das doch mal. Vielleicht habt ihr noch nicht die billigste. Im November kann man eh mal wieder wechseln. Leute, ich bin kein Versicherungsvertreter. Aber ich habe das auch benutzt. Deswegen packe ich euch den Link rein. Wenn ihr da drauf klickt, wenn ihr irgendwas sparen könnt, wenn ihr eine neue abschließt, kommen wieder ein paar Cent in meine Torek-Kasse. Würde ich mich sehr darüber freuen. Wenn ihr noch andere Ideen habt, ich habe da noch nicht geschaut im Internet, schreibt es mir gerne in die Kommentare. So im Sinne von Crowdfunding oder ich habe da schon mehrere Sachen mal gesehen. Falls ihr da was kennt, postet mir das doch einfach mal in die Kommentare. Weil, ja, sorry Leute, ich bin halt auch kein Multimillionär. Multimillionär, die Mittel sind nicht unbegrenzt. Und ich habe nur einen gewissen Rahmen. Aber ich würde das Ding halt super, super gerne, super, super geil machen und brutal. Ja, und wenn es da Möglichkeiten gibt, ich meine, ich stelle dir mal, gut, wir sind jetzt 100 Leute. Aber ich stelle dir mal vor, hier gucken 1000 Leute zu. Und jeder gibt nur einen Euro. Ich meine, einen Euro ist, das gefühlt nix. Und dann kann man direkt wieder was ganz Krasses wieder machen. Haben wir halt alle Bock drauf. Und das finde ich halt irgendwie eine mega geile Idee, dass man so quasi untereinander, das habe ich nämlich auch schon mal gemacht bei einem anderen Projekt. Ich fand das mega cool. Und deswegen, ja, wer das scheiße findet, kann mir das natürlich auch in die Kommentare schreiben. Gott, ist ja auch kein Problem. Gut, das wollte ich nochmal loswerden. Jetzt gibt es noch ein paar Bilder vom Tour-Rack. Und die nächsten Videos, seid gespannt. Einmal von der Reparatur, ist echt gut. Gar nicht so schlecht, wie man denkt. Und ich, vor der Reparatur, bin ich zum Ölwechsel gefahren. Leute, das müsst ihr euch auch unbedingt reinziehen. Schnell, ohne Mist jetzt. Schnellster Ölwechsel. In neun Minuten. Günstigster. Und bestes Öl. Sagt ihr jetzt, nee, das kann nicht sein. Das glaube ich nicht. Deswegen musst du das Video gucken. Und das ist keine Schleichwerbung. Das habe ich einfach nur so entdeckt. Und das wollte ich euch zeigen, weil ich das richtig, richtig cool fand. Schaut es euch an. Das wird das nächste Video. Gebt mir ein paar Tage Zeit. Es kommt. Seid gespannt. Und drückt die Daumen, dass wir den Tour-Rack bald, bald wiedersehen. Von daher ganz, ganz lieben Dank. Let's go. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.